Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute wage ich mal einen subjektiven Rückblick über die letzten zwei Jahre, was die Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung und natürlich auch Unternehmenskommunikation betrifft. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht ein kleiner, ja fast schon Warnhinweis am Anfang. Mit dieser Folge werde ich vielleicht dem oder der eine oder anderen ein bisschen auf die Füße treten. Deswegen, das ist nicht boshaft oder beabsichtigt, es soll eher wachrütteln. Und genauso würde ich jetzt auch hier keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit meiner Aussagen und meiner Einschätzungen erheben. Es ist alles ein sehr subjektiver Eindruck natürlich, der auf vielen, vielen persönlichen Gesprächen mit Trainern, mit Coaches, mit Kunden und Kundinnen aus diesem Bereich, mit vielen Unternehmern, mit vielen anderen Experten, die rund um das Thema zu tun haben, unterwegs sind. Und soll auch ein bisschen so, ja nicht unbedingt Frustration, aber so ein bisschen mein Kopfschütteln auch ausdrücken. Denn mein aktuelles Gefühl ist, zumindest was so die Außenwirkung und viele Veranstaltungen und Aktionen und Aussagen betrifft, dass wir in den letzten zwei Jahren zwei Schritte vor und wieder einen Schritt zurückgegangen sind bei dem ganzen Thema. Mal ganz böse ausgedrückt, das ist jetzt völlig überspitzt, wie gesagt, da möchte niemanden auf die Füße treten. Aber so seit ein paar Wochen, ich würde mal sagen, seit ein paar Monaten, seit Anfang Mai, wir haben jetzt Anfang August, hat man das Gefühl, dass sich alle wie besoffen auf Präsenzveranstaltungen stürzen. Andauernd wird in Social Media, sei es LinkedIn und natürlich auch Facebook und anderen Plattformen gepostet, wie toll, wir können uns alle wieder treffen und und und, was ja völlig okay und völlig normal ist. Und sich darüber so zu äußern, mag jetzt vielleicht ein bisschen böse sein. Wer mich näher kennt, weiß, ich mag gerne sarkastisch, manchmal auch nur ironisch zu sein, möchte aber natürlich niemanden da wirklich auf die Füße treten, sondern einfach nur so ein bisschen aufrütteln und sagen, Leute, das ist alles verständlich. Ich kann das absolut verstehen. Aber gleichzeitig habe ich halt auch Aussagen gehört wie, ja, jetzt ist endlich der ganze Online-Quatsch und das Digitale vorbei und wir können wieder wie früher uns treffen und alles in persönlichen Kontakten klären und und und. Und das halte ich, sorry, für ausgemachten Quatsch, weil damit, ja, tut man ja so, als wäre alles, was digital und online gelaufen ist, lediglich ein Lückenbüßer wegen Corona gewesen. Es ist absolut verständlich, die aktuelle Stimmung, wirklich. Also mir geht es persönlich genauso. Ich bin froh, dass ich für Gespräche, natürlich nicht für Erstgespräche, sondern beim dritten, vierten Kontakt, meistens dann auch bei einem ersten Workshop, wieder zu Unternehmen fahre, dass ich mich mit Kunden persönlich treffen kann. Aber gleichzeitig ist allen, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen und jetzt nicht so ein bisschen auf den Buschbrand hier, das Strohfeuer, Buschbrand, genau, Buschbrand, Strohfeuer meine ich natürlich, sich hier auf das Strohfeuer in diesem Sommer stürzen. Uns ist allen klar, dass das, was vor zwei Jahren begonnen hat, nicht der Auslöser für die Digitalisierung war, sondern im Prinzip wie ein Pfropfen, der sich endlich mal gelöst hat, war. Und zwar, was einfach das gesamte Thema beschleunigt hat. Denn die Digitalisierung in vielen, vielen Bereichen, nicht nur im edukativen Bereich, also Training, Coaching, Beratung, Thema Hochschulen natürlich auch, Fortbildung jeglicher Art, da ist die Digitalisierung nichts Neues. Wir sind in Deutschland einfach nur unfassbar, sorry für den Ausdruck, lahmarschig und bequem gewesen in den letzten 15 Jahren. Wenn man sich anschaut, wie wenig viele Hochschulen und Universitäten heute immer noch bei dem Thema machen. Es wird zwar sicherlich was angeboten, ich sehe es auch bei meiner Tochter, die jetzt studiert, und bei meinem jüngsten Bruder, der auch im Studium ist, dass es natürlich viel, viel Online-Angebote gibt. Aber wenn man sich anschaut, wie das umgesetzt wird, ist das immer noch finsteres Mittelalter, zumindest bei dem Gro, was ich so erlebe. Fazit also, erstes Fazit. Corona war definitiv nicht der Auslöser für das Thema. Das ist wahrscheinlich auch den meisten schon klar. Ich möchte es einfach nur mal erwähnt haben. Sondern es war einfach das Wegschieben des Bremsklotzes und eine Beschleunigung. Ich kenne auch viele Dienstleister im Training-Coaching-Bereich bis hin zur Finanzberatung und so weiter und so fort, die natürlich auch schon vor 2020 online gearbeitet haben. Da war es allerdings meistens bei Kunden eher verpönt. Und man war halt gewohnt, jemand kommt jetzt zum persönlichen Gespräch vorbei. Der Klassiker, mir hat ein Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens, eines großen deutschen mittelständischen Unternehmens, noch vor einem Dreivierteljahr selber erzählt, dass er sich früher für einen ein- oder zweistündigen Termin in Tokio wirklich ins Flugzeug gesetzt hat und letztendlich drei Tage draufgegangen sind. Zwei Tage mit Fliegen, ein Tag dann vor Ort. Und nach den drei Tagen war er so völlig fertig durch Jetlag und die Reise, dass er im Prinzip fünf Tage nicht im Unternehmensbrich arbeiten konnte. Damals quasi vor Corona gab es auch schon in seinem Unternehmen erste Empfehlungen, solche kurzen Termine doch einfach über eine Videokonferenz abzubilden. Aber er hat sich damals strikt dagegen geweigert. Er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Wichtige Geschäftsgespräche, Verhandlungen, erst Gespräche mit neuen Großkunden und Ähnliches. Ja, und als er dann durch Corona dazu gezwungen war, das alles über Videokonferenzen, über Videocalls abzubilden, stellte er plötzlich fest, diese Verweigerungshaltung vorher war eigentlich ziemlich blöde. Also er hätte sowohl viel Zeit als auch viel Geld und viel Lebensenergie in den Jahren vorher sparen können, wenn er sich einfach den Ruck gegeben hätte. Mittlerweile ist es so, dass die Geschäftsführung eigentlich nur noch für ganz wichtige Termine rausfährt, zumindest wenn es außerhalb Deutschlands ist und der überwiegende Teil immer noch und auch weiterhin zukünftig über Videokonferenzen gelöst wird. Und das ist nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, was zeigt, dass das Hauptproblem nicht irgendwie die technischen Möglichkeiten waren, sondern es ist halt wie immer die Barriere im Kopf gewesen. Genauso ist es halt heute wieder. Wir haben jetzt die zwei Jahre Erfahrung und trotzdem gibt es immer noch wahnsinnig viele Menschen, die diese Barriere im Kopf haben. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, das hatte ich schon öfters in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, ich bin kein absoluter Verfechter jeglicher Technisierung und Ähnlichem. Also ich finde persönlichen Kontakt, das wie ein Kunde kürzlich noch so schön sagte, das Feinstoffliche macht definitiv einen großen Unterschied. Aber der Witz ist, man kann sich ja aus beiden Welten die Vorteile holen und aufhören schwarz-weiß zu sehen. Und dieses schwarz-weiß-sehen, was ich übrigens, jetzt wird es böse übrigens, was ich ganz häufig bei Trainer und Coaches erlebe, das ist, wenn man dann näher reingeht und so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, ganz häufig eigentlich der Unwille und häufig wirklich auch Angst vor Veränderung. Und das finde ich insofern spannend, weil, naja, also viele Trainer und Coaches werden ja dafür gebucht, dass die Menschen jeglicher Art in unterschiedlichen Situationen dabei helfen, sich und ihre Umstände zu verändern. Aber es ist ja einfach nur menschlich, dass man von sich aus erstmal ein Problem mit der Veränderung hat. Und was ich auch ganz häufig erlebe, diese Angst, die da herrscht, die hat natürlich mit einer ganz großen Unwissenheit vor der Technik zu tun. Und bisher hatte man ja mit diesen Thematiken gar nicht viel zu tun. Also ich habe das selber noch erlebt. Wir haben ja viele Jahre mit einer Trainingsfirma zusammen Trainingsdigitalisierung für Unternehmen durchgeführt. Und bei den Kollegen habe ich selber auch gemerkt, als wir da anfingen, gab es innerhalb des Trainerkollegiums ganz große Vorbehalte. Also die wenigsten waren wirklich proaktiv dabei und haben gesagt, Mensch, ich mache jetzt mal ein paar Videos und ich habe Lust dazu. Oder ich biete das mal meinen Kunden an. Die waren alle sehr verhalten. Da gab es dann Aussagen wie, ja, ja, habt ihr jetzt hier mit der Trainingsproduktion uns ordentlich Trainingstage weggenommen und ja, unsere Arbeit geht zu künftig flöten. Was natürlich ein totaler Kappes ist. Irgendeiner muss ja vor der Kamera stehen. Irgendeiner muss die Leitfäden schreiben und so weiter und so fort. Das hat auch da wieder ganz viel damit zu tun, dass da einfach das Thema Technik, Video, Umsetzung, moderne Medien bis hin zu Online-Vermarktung, Online-Business, was damals noch gar nicht so ein Thema war, das sind einfach völlig neue Themen. Und wenn ich jetzt, ich sag mal ganz, ganz simpel, wie ich es häufig erlebt habe, 20 Jahre lang hauptsächlich Verkaufsschulungen gemacht habe und Verhandlungstrainings und mein einziger Bezug zur Technik, den ich bisher hatte, war den Beamer im Seminarraum anschließen und vielleicht noch einen Bluetooth-Lautsprecher mitbringen oder, was ich natürlich auch häufig gesehen habe, eine Kamera dabei zu haben, um halt das direkte Coaching oder das Training aufzuzeichnen, dann ist halt der Wust an neuen Möglichkeiten, die die Technik jetzt bietet und die auch für eine vernünftige Online-Präsenz und für digitales Arbeiten notwendig ist, das ist einfach überwältigend. Das ist mir natürlich schon klar. Das hilft aber alles nichts. Die Digitalisierung im edukativen Bereich, die Digitalisierung von Dienstleistungen und in der Kommunikation ist gekommen, um zu bleiben. Und jeder sollte für sich einfach schauen, welche Kombination aus beiden Welten am besten ist. Wie gesagt, es ist nichts Neues. Das Thema ist in den Grundsätzen sehr alt, war früher nur hochspeziell und wirklich in einer Nische unterwegs. Also ich selber habe es in meiner alten Branche erlebt. Ich habe ja viele, viele Jahre, eigentlich bis vor vier, fünf Jahren noch, hauptsächlich in den Medien und vorher in der Musikbranche gearbeitet. Und ich hatte selber eine Trainings- und Seminarfirma, 16 Jahre lang, in der wir anfangs Semiprofis oder auch Profis, hauptsächlich waren das dann Profimusiker oder Musikproduzenten, die früher eigene Studios hatten mit Angestellten und dann durch den schon seit 20 Jahren angehenden Niedergang der Musikindustrie einfach da nicht mehr die Budgets hatten und das selber lernen wollten. Und später hatten wir immer mehr auch Hobbymusiker, überwiegend in unseren Seminaren und Coachings. Und dass es insgesamt eine Branche, die natürlich sehr, sehr innovativ unterwegs ist, sehr weit vorne bei technischen Entwicklungen, also was es da teilweise schon an bahnbrechenden Entwicklungen und Bewegungen gab, bevor sie in der Industrie oder in der breiten Masse angekommen sind, darüber könnte man Bücher schreiben, beziehungsweise darüber gibt es wahrscheinlich auch schon Bücher. Und so war es schon 2007, 2008 völlig normal, dass man Schulungen in Form von Videos verkauft hat. Also ich erinnere mich, das war bestimmt 2007, 2008, dass ich mir die erste Schulungs-DVD, also im Prinzip ein Trainingsvideo auf DVD gepresst, gekauft habe. Und mein damaliger Geschäftspartner, der kam 2009 und sagte, du, Videos, das ist die Zukunft, da müssen wir nicht mehr durch halb Europa, durch ganz Deutschland fahren, weil wir sind quer durch ganz Deutschland gefahren mit unseren Seminaren, wenn die jetzt nicht gerade hier bei uns im Standort stattgefunden haben. Ich war sehr, sehr häufig auch in der Schweiz, dazu hatte ich noch Vorlesungen an Hochschulen quer durch Deutschland und auch da in der Schweiz. Und mein Kollege war auch viel in Österreich und wir hatten damals schon das Gefühl, wir haben gar keine Wochenenden mehr, weil die Seminare fast immer am Wochenende stattfanden und wir sind nur noch auf Tour. Und da kam er und meinte, Videos sind die Zukunft, wir müssen auf Videos setzen. Und das war, wie gesagt, 2009. 2010 habe ich damit angefangen. Und da war das Thema in der Branche schon etabliert, jetzt nicht so groß aufgezogen, wie wir es dann gemacht haben, aber es war nichts Neues. Und von da bin ich dann nahtlos 2012, 2013 halt in den Trainingsbereich gekommen. Und da haben wir im Prinzip das umgesetzt, wenn auch mit einem technisch und finanziell deutlich höheren Umsatz, im Umfang als heute, was wir heute auch in den Studios, die wir einrichten, umsetzen und was unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Webinartechnik-Managing umsetzen, nämlich Echtzeit-Videoproduktion. Das heißt, nicht mit mehreren Kameras aufzeichnen und im Nachhinein schneiden, sondern in Echtzeit schneiden, indem man halt die Videokameras selbsttätig umschaltet und von der Kamera auch auf die Präsentation. Und das hat sich bei den Kunden, für die wir gearbeitet haben, sehr, sehr schnell etabliert. Und sehr, sehr schnell hat man auch gesehen, was für Vorteile das Ganze mit sich brachte. Vorteile, die ich heute immer wieder gebetsmühlenartig Unternehmen, Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Trainer, Coaches, Beratern, allen Dienstleistern, für die es wichtig ist, erzähle und zwar natürlich Kostenersparnis, Zeitersparnis, Flexibilität, Vertiefung der Inhalte durch Videos in der Vor- und Nachbereitung und so weiter und so fort. Also das ist für mich persönlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist für mich alter Käse. Das haben wir, wie gesagt, 2012, 2013 schon gemacht, also vor genau zehn Jahren. Als 2020 dann alle gezwungen waren, sich damit zu beschäftigen, hatte ich die Hoffnung, Mensch, jetzt verstehen es alle, jetzt nicht nur im Trainingsbereich, sondern auch Unternehmen. Wir haben vor Corona mit vielen Unternehmen darüber gesprochen, ob sie nicht ihre Kommunikation durch Eigenproduktion, damals hauptsächlich Podcasts, aber auch kleine Social Media Videos und so weiter und so fort, nicht einfach selber in die Hand nehmen und digitalisieren. Und das war wie gegen Windmühlen reden. Ja, dann kam 2020 und ich hoffte, jetzt haben es alle verstanden, weil sie gezwungen wurden und das natürlich in der ersten Zeit die ganze Umsetzung technisch bei den allermeisten eher hemmsärmlich war. Das war natürlich klar. Vieles war nicht lieferbar. In kürzester Zeit sich das Know-how anzueignen, war natürlich auch schwer bis unmöglich. Außerdem war es ja noch Zeit der Orientierung. Was mache ich jetzt? Also das haben uns auch viele unserer Kundinnen und Kunden erzählt. Mache ich jetzt Trainingsvideos? Mache ich jetzt Webinare? Wie macht man ein Webinar? Das war halt viel Ausprobieren und Neues, aber sorry, das ist jetzt über zwei Jahre her. Und in den allermeisten Fällen sehen die Webinare, die Video-Coachings leider immer noch so aus wie damals. Also hemmsärmliche Umsetzung mit ein bisschen Glück ist da zumindest mal eine vernünftige Kamera. Meistens ist eine Webcam erschreckenderweise sehr, sehr häufig eingebaute Webcams von Laptops. Über die Tonqualität braucht man häufig gar nicht sprechen. Ich finde es immer noch, immer noch, meine persönliche Meinung sicherlich, aber immer noch erschreckend und gruselig, wie oft Headsets eingesetzt werden. Ich finde, es sieht einfach furchtbar aus. Ich setze mich ja auch nicht mit Ohrenschützern oder mit einer Mütze in ein Präsenz-Meeting. Und es gibt andere Möglichkeiten. Man muss sich einfach nur damit beschäftigen. Also insgesamt habe ich ganz häufig das Gefühl, jetzt habe ich auch irgendwann angefangen oder beziehungsweise aufgehört, bei virtuellen Meetings, die nicht unbedingt notwendig waren, teilzunehmen. Also im ersten Jahr 2020 bis Mitte 2021 war ich sehr häufig bei Online- After-Work-Meetings, bei irgendwelchen Videokonferenzen zu Themen, Austausch, Workshops und, und, und. Aber irgendwann muss ich ehrlich sagen, war ich es einfach leid, weil es einfach genervt hat, die schlechte Bild- und Tonqualität den ganzen Tag zu erleben. Und das, wie gesagt, schon nach einiger Zeit, die sich doch alle damit beschäftigt haben. Ein Gefühl, was sich da bei mir beschlichen hat und was auch häufig durch Aussagen bestätigt wurde, war irgendwie, dass dann doch die große Hoffnung besteht, dass, ja, man irgendwie die Zeit überbrückt und alles wieder zurückgeht und dieser, dieser ganze Digitalmist irgendwie bald wieder vorbei ist. Wenn Corona überwunden ist, dann treffen wir uns alle wieder in Konferenzräumen und ähnlichen. Ist aber nicht. Wird es auch nicht. Wird es niemals. Wer das immer noch glaubt, der, muss ich ehrlich sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Natürlich gibt es Fälle, auch das habe ich in Gesprächen erlebt, wo Trainer sagen, du, dann fahre ich halt mein Angebot zurück. Ich bin in einem Alter, wo ich schon genug zurückgelegt habe. Die Altersvorsorge ist nicht mehr so weit. Dann mache ich nur noch ausgesuchte Präsenzveranstaltungen. Das ist was ganz anderes. Aber wenn jemand in den besten Jahren im Safte seines Lebens so etwas sagt, dann kann es ganz schnell sein, dass er oder sie in den nächsten zwei Jahren plötzlich überholt werden und sehen, ja, dass andere das besser umgesetzt haben und die ganzen Aufträge bekommen. Das ist nicht nur meine Aussage. Also wie gesagt, das ist natürlich alles sehr subjektiv. Aber ich sauge mir das nicht aus den Fingern. Sondern das sind Einschätzungen, die mir auch Unternehmen mitgeteilt haben. Also der Klassiker, den ich immer wieder höre in Gesprächen ist, naja, wir rüsten jetzt hier auf. Deshalb sind wir mit Ihnen im Gespräch, also mit uns und möchten ein eigenes Studio haben. Und naja, zukünftig erwarten wir auch eine gewisse Qualität in der Online-Kommunikation bei unseren Dienstleistern. Sprich, bei externen Trainern, bei externen Beratern. Und ich habe solche Fälle bei unseren Kundinnen und Kunden auch erlebt. Teilweise richtig krasse Fälle, wo Mitbewerber, die beim gleichen Unternehmen seit Jahren gewisse Trainingseinheiten immer abwickeln, plötzlich die Aufträge nicht mehr bekommen haben, sondern unser Kunde oder unsere Kundin das mit übernommen haben. Auch wenn das Thema, was der Mitbewerber da bespielte, jetzt vielleicht nicht das absolute Experten-Thema unserer Kundinnen oder unseres Kunden waren, aber weil einfach die Online-Präsenz überragend viel besser war und das auch von den Mitarbeitern, die ja daran teilnehmen, entsprechend der Geschäftsführung gespiegelt wurde. Wie gesagt, es wird nicht mehr zurückgehen und das hat mit Corona gar nichts zu tun. Es sind ja noch viele andere Entwicklungen, die jetzt noch dazukommen. Grundsätzlich nochmal, Corona war definitiv nicht der Auslöser, dass es beginnt, sondern hat einfach dafür gesorgt, dass wir endlich mal hier aufwachen. Gekommen wäre es eh. Dementsprechend hat es eigentlich alle auch ziemlich kalt erwischt, die sich da noch nie mit beschäftigt haben. Meine persönliche Prognose ist, das wird im Herbst diesen Jahres wahrscheinlich ganz schnell und ganz plötzlich für viele, die sich nicht darauf vorbereiten, die denken, jetzt ist das Thema ja durch. Corona ist ja nicht mehr so ein großer Posten, der den Alltag bestimmt. Da wird es im Herbst ganz schnell zu einem Erwachen kommen. Also ich weiß aus sicherer Quelle, dass ganz, ganz viele große Unternehmen nach dem 31.10. keine Präsenzveranstaltungen mehr planen. Ich weiß auch von einigen Unternehmen aus erster Hand, die jetzt auch schon ihre letzten Präsenzveranstaltungen, hauptsächlich geht es um Seminar und Fortbildung, im September abhalten werden und im Oktober schon keine mehr anbieten. Das heißt, da bereitet man sich schon drauf vor. Zum einen natürlich Corona. Ich meine, die Bundesregierung kündigt ja schon an oder Teil der Regierung, dass da im Herbst wieder was kommen wird, was jetzt Einschränkungen betrifft, um das mal ganz neutral auszudrücken. Aber das ist ja nur eins von vielen Themen mittlerweile. Ein Thema, was natürlich genauso beängstigend ist wie vor zwei Jahren Corona, ist das Thema Energieknappheit. Mittlerweile haben wir ja Spritpreise, die wir uns vor drei, vier Jahren nicht vorstellen konnten und es wird mit Sicherheit auch nicht dabei bleiben, sondern garantiert noch hochgehen. Dazu kommen natürlich die Gaspreise. Ja, es steht ja schon in der Zeitung, dass Unternehmen die Homeoffice-Pflicht wieder einführen wollen, um halt bei den Heizkosten im Unternehmen zu sparen. Dann ist natürlich logisch, dass die digitale Kommunikation über Video immer mehr zunimmt und das ist eine ganz einfache Rechenaufgabe. Habe ich jetzt 20 meiner Mitarbeiter irgendwo im Seminarraum in einem Hotel für drei Tage oder bei mir im Unternehmen drei Tage im Seminarraum oder sind alle eh zu Hause im Homeoffice und ich lasse das Ganze digital stattfinden. Denn mal abgesehen davon, dass es natürlich je nach Format auch deutlich effizienter ist, digital und Online-Schulungen durchzuführen, auch Coachings durchzuführen, haben die Unternehmen natürlich ganz häufig auch Blut geleckt, was die Kostenersparnis betrifft. Ja, hier gibt es dann, wenn wir jetzt im Live-Talk wären, natürlich die ersten Gegenstimmen, so ein Unfug, Effizienz, wie kann das denn sein? Es gibt Schulungen, es gibt Trainings, die haben die höchste Nachhaltigkeit, wenn man persönlich arbeitet. Ja, weiß ich selber, ich bin selber auf vielen Seminaren gewesen. Der emotionale Funke springt natürlich dann erst richtig über, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, da sind wir wieder bei dem Thema Energie und das Feinstoffliche, aber man kann es ja auch trotzdem effizienter gestalten, indem man sagt, wir nutzen Videos zur Vorbereitung, wir nutzen kleine Live-Einheiten, also Live im Sinne von Webinar, Video-Call-Einheiten im Vorfeld, das heißt, die Mitarbeiter des Unternehmens sind nie drei Tage aus dem Arbeitsalltag rausgerissen, sondern haben über zwei Wochen, alle zwei Tage, zwei Stunden Webinar, kriegen parallel ein paar Videos, um sich auf das Thema einzustimmen und dann zur Vertiefung macht man nach Zeitraum X die Präsenzveranstaltung, dann ist das Vorwissen da, alle sind schon vorbereitet und dann kann die Präsenz als i-Tüpfelchen, als Sahnehäubchen der Schulungsmaßnahme dann auch optimal genutzt werden. Da sind wir bei der Rechenaufgabe, ein Tag dann im Seminarraum ist natürlich dann deutlich günstiger als fünf Tage. Das ist ganz plump, mag schreiermäßig, aber es ist einfach die Realität. Der nächste Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Sprechen alle von nachhaltiger Wirtschaften, der Umwelt weniger zumuten. Das zahlt natürlich auch aufs gleiche Konto ein. Also von daher bin ich überzeugt, dass wir im Herbst definitiv wieder einen massiven Umschwung zu digitalen Formaten erleben werden. Ich habe jetzt bewusst nicht Rückgang, weil das so wie ein Rückschritt klingt. Ich sehe das nicht als Rückschritt, sondern als weiteren Schritt in der Bewusstmachung, wo die Vorteile von online und digitalen Formaten in Kombination mit Präsenz liegen. Beides zu 100% zu machen, halte ich nicht für sinnvoll. Es sollte jetzt auch nicht zu allgemein klingen, denn es gibt mit Sicherheit Formate, die nur online gut funktionieren und nur in Präsenz gut funktionieren. Spannend fand ich zum Beispiel meine Aussage, dass Online-Formate oder Online-Kurse sehr introvertierten Menschen überhaupt erst ermöglichen, sich stressfrei fortzubilden. Daran habe ich persönlich noch nie gedacht. Auch das Thema der ortsungebundenen und zeitungebundenen Fortbildungen. Jeder kann für sich bestimmen, wann und wo er sich fortbildet. Man wird nicht gezwungen, zum Zeitpunkt X treffen wir uns alle in dem Raum und du musst dann im Tag fit sein. Also wenn ich meine Nacht nicht gut geschlafen habe, dann möchte ich am nächsten Morgen nicht für sechs, sieben Stunden im Seminarraum sitzen, weil dann ist der Tag eigentlich für die Katz. Also es gibt für alles Vor- und Nachteile und ich denke, wir können einfach nur froh sein, dass wir mittlerweile diese digitalen Möglichkeiten haben. Ja und deswegen schockieren mich so manche Aussagen auch ehrlich gesagt ziemlich. Ich hatte in letzter Zeit auch wieder so interessante Gespräche und zwar hat vor knapp zwei Wochen ja unsere aktuelle Webinar-Technik-Mentoring-Gruppe angefangen, haben wir losgelegt und im Vorfeld hatte ich natürlich einige Beratungsgespräche. Nicht alle haben sich dafür entschieden, ist ja alles völlig normal und da war interessant, dass einige, auch welche, die nicht teilgenommen haben, sagten, ich weiß, dass ich da was tun muss. Ich selber mache als Trainer, als Trainerin Prozessberatung, Unternehmen, Verkaufsberatung, was auch immer und sage dem Unternehmen, sie müssen mal hier endlich mehr digital machen und so weiter und so fort und ich selber sitze zu Hause vor einer 0815 Webcam und schiebe das ganze Thema vor mir her. die zwei Hauptfaktoren, die genannt werden, sind einmal natürlich ganz weit vorne Kosten, das ist ja alles so teuer, dann die Angst vor Veränderung und da ist meistens so der vorgeschobene Grund, ja, die Technik und das ist ja alles so kompliziert, da komme ich nicht mehr rein, ich bin jetzt in einem Alter, mich jetzt da damit zu beschäftigen. Ich habe dann immer das Gefühl und manchmal, wenn man so ein bisschen bohrt, kommt es dann auch raus, das ist eher die Angst vor Veränderung, weil letzten Endes sind wir mal ehrlich, jeder der sich in dem Bereich tummelt und seine Brötchen damit verdient, mir geht und ging es ja nicht anders, investiert im Laufe seines beruflichen Lebens viel Zeit und natürlich auch viel Geld in die inhaltliche Weiterbildung seines Experten-Themas. Also bei mir sind es hauptsächlich technische Themen viele Jahre gewesen, mittlerweile ist es eher das Unternehmerische oder auch das Vertriebliche, wo ich mich mehr beschäftige und jemand, der sich auf spezielle Vertriebswege oder Nischen konzentriert hat, ist ja auch immer wieder da in der Weiterbildung und investiert entsprechend Geld und es ist einfach nur eine Einstellungssache endlich zu kapieren, die Technik ist in Zukunft ein wichtiges Werkzeug eines jeden Trainers, einer jeder Trainerin, eines jeden Coaches, Beraters, ja auch aller möglichen anderer Dienstleister, also gerade im Vertriebsbereich, im Sales-Bereich kann mit einer hochwertigen Online-Präsenz wahnsinnig viel geschehen, also das kann ein wahnsinniger Boost einfach sein im Verkauf, im Umsatz, den man erst dann erlebt, wenn man es wirklich macht. Also wie sagte jetzt gerade eine Gesprächspartnerin, die Nadine Dorsch, in meinem letzten Podcast so schön, beziehungsweise sie hat es leider vorher oder nachher gesagt, sie sagte, ja im Vertrieb, weil sie selber aus dem Vertrieb kommt, muss man endlich mal kapieren, dass das Geschäftsauto des Außendienstlers heute das kleine Studiosetup des Außendienstlers ist, also das ist einfach eine Verschiebung der Investition, die notwendig ist und die sich einfach auch definitiv positiv bemerkbar macht, indem sie sich auszahlt. Also wie gesagt, die zwei Hauptgründe, die ich immer wieder erlebe, ist zum einen das Thema Kosten, das sehe ich jetzt nicht so, weil wenn man es vernünftig anstellt, hat man die Investition schnell bis sehr schnell raus, also ich könnte da einige Beispiele nennen aus unserer Klientel, die nach wenigen Wochen das komplette Investment in die Technik und in unser Mentoring schon wieder raus hatten, einfach dadurch, dass Kunden sagten, Mensch, das ist jetzt so super, wie sie hier online arbeiten, wir möchten dann doch viel mehr mit ihnen machen und der zweite Punkt ist Angst vor Technik, sprich meist auch eher Angst vor Veränderungen und aufs gleiche Konto zählt meiner Erfahrung nach auch das Thema Vorbehalte ein, also Vorbehalte, dass Online-Trainings oder Online-Digitale Formate nicht nachhaltig genug sind. Klar, wenn man nur schwarz-weiß denkt und sagt, dann macht man gar keinen Präsenz, jo, kann ich nachvollziehen. Ein anderer Punkt ist, und das finde ich auch mal wieder spannend, denn irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier wie ein Missionar unterwegs und mache den ganzen Tag Pionier- und Aufklärungsarbeit, 99% der Menschen haben überhaupt keine Vorstellung, was technisch schon mit kleinen Setups möglich ist. Also wie man Online-Trainings, wie man Produktschulungen, wie man Verkaufsgespräche, wie man technischen Support, wie man Onboarding, es gibt ja so viele Formate, allein diese Formatvielfalt ist den allermeisten nicht mal im Ansatz bewusst und dann kommt dazu, dass sie nicht wissen, woher auch, das ist also kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, wie man das Ganze so umsetzen kann, dass es mega spannend und vor allen Dingen abwechslungsreich ist, also dass es Menschen, trotzdessen sie vor ihrem Bildschirm sitzen, fesselt und begeistert, dass sie dabei bleiben. Nochmal, es ersetzt nie zu 100% eine Präsenzveranstaltung, aber es ist eine super Vorarbeit oder ergänzend in der Nachsorge zur Vertiefung. Daher finde ich es halt so ein bisschen gefährlich, jetzt wieder den Schritt zurück zu machen, wie der Titel dieser Podcast-Folge ist, zwei Schritte vor, eins zurück, nach dem Motto, es wird schon wieder alles so sein wie vorher, weil, wie gesagt, ich erlebe es ja, unser Hauptwirkungsbereich ist aktuell, da geht auch der Fokus immer mehr hin, die Einrichtung von Studios in Unternehmen und dazu gehört zum ganz großen Teil auch die Beratung und Begleitung, also wie können audiovisuelle Prozesse, wie wir es nennen, im Unternehmen integriert werden, sprich, welche Prozesse können durch Audio und vor allen Dingen Videoformate wieder komplett abgedeckt oder halt auch ergänzend begleitet werden und da erleben wir halt wirklich fast jeden Tag, dass Unternehmen jetzt verstehen, dass sie da was machen müssen und sich einfach da professioneller aufstellen und zwar aus rein unternehmerischer Sicht und da in Zukunft natürlich auch von ihren Dienstleistern ähnliches erwarten. Eine Aussage, die ich auch jetzt schon ein paar Mal gehört habe, finde ich spannend, ist auch der Grund, warum dann jetzt in diesem Jahr so viele kommen, ist, dass sie nicht noch ein weiteres Jahr warten und hoffen wollen, dass wieder Stabilität einkehrt und das wieder alles wird wie früher, wird es ja auch nicht, das ist ja auch allen dann klar und gleichzeitig mit dieser Erkenntnis auch eine Bereitschaft da ist, sich darauf einzulassen und man sich da auch öffnet und plötzlich die ganzen Vorteile, die man dadurch ja auch hatte, gerade jetzt, wo es in diesem Jahr doch viel stärker dieser Run, also wie ein Vakuum, was sich plötzlich füllte, dieser Run zurück zu den Präsenzveranstaltungen, Messen und Ähnlichem war, jetzt vielen Unternehmen einfach auch klar wird, okay, wo hatten wir denn die ganzen Vorteile auch bei der Zeit, als wir ganz viel remote oder online gearbeitet haben. Also jedes zweite Unternehmen, mit dem ich zu tun habe, sagt zum Beispiel, also Prozent Sat. X, zwischen 30 und 50, 60 Prozent und der Mitarbeiter werden dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Hat einen riesen Vorteil, die sind glücklich, ja, also manche sagen, das wechselt stetig. Wer jetzt im Homeoffice ist und wer in der Firma ist, in manchen Unternehmen sind bestimmte Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice, die sind glücklicher und das Unternehmen ist auch glücklich, spart ja auch wieder Bürofläche und Ähnliches und das sind so Vorteile, die jetzt immer mehr nach vorne kommen und daher auch die Investitionen jetzt stattfinden. Da fällt mir gerade noch ein schönes Beispiel ein, was ich kürzlich von einem Kunden erzählt bekam zum Thema Vertrieb und zwar sagte er früher, also die haben hauptsächlich mit sehr illustren, großen Unternehmen zu tun, meistens mit der Führungsebene im Coaching und er sagte, ja, früher war das so und heute ist es prinzipiell immer noch so, man hat halt einen Zeitslot, 60 Minuten beispielsweise und früher hat man das halt in Präsenz gemacht, man ist hingefahren, hat sich vorgestellt, pipapo, man hat sich beschnuppert, Assistentin kam rein, Kaffee und hin und her und sonst was und letzten Endes war nur ein ganz kleiner Zeitslot von den 60 Minuten übrig, um halt zu pitchen und das Angebot vorzustellen und so die Reaktion des Kunden halt zu bekommen. Ja und er hat das mittlerweile in seinem Unternehmen komplett abgestellt, er macht es überhaupt nicht mehr, sondern die ersten und zweiten Gespräche finden nur noch online statt. Er spart wahnsinnig viel Zeit in der anderen Abreise, er spart viel Geld durch wegfallende Reisekosten. Die Kunden sind auch glücklicher, einfach weil man viel kurzfristiger Termine machen und auch ändern kann und letzten Endes sind die Gespräche viel effizienter. Also statt 60 Minuten, wenn er beispielsweise gesagt bekommt, hier beim Vorstand der Firma XY haben sie 60 Minuten, da braucht er mittlerweile nur noch 20, 30 Minuten, um diesen Erstkontakt zu haben und sagt, dann lassen Sie uns lieber nochmal eine Woche später, wenn das Ganze bei Ihnen ein bisschen gesagt ist, nochmal ein Gespräch machen, dann gibt es nochmal einen Videocall und dann im Nachhinein, wenn das grundlegende geschäftlich geklärt ist, mal einen persönlichen Termin und er erzählte mir bei einem sehr, sehr interessanten, großen Kunden, dass der dann, der Vorstand plötzlich von sich aus bereit war und sagte, ja Mensch, das ist jetzt so klasse gelaufen und wir möchten das gerne mit Ihnen machen, lassen Sie uns doch mal persönlich treffen und essen gehen. Daraus wurde dann ein zweistündiges Mittagessen, was dann sehr persönlich und mit privatem Austausch stattfand und was natürlich zur Vertiefung der Geschäftsbeziehung schon am Anfang dieser Beziehung beigetragen hat. Also das sind einfach Erfahrungen, die man jetzt macht, die vielleicht auch zeigen, dass das Neue sogar besser sein kann als das Alte. Fazit, bei dem ganzen Thema gibt es einfach kein Schwarz und kein Weiß, sondern es ist alles ein großes Grau und ich kann jedem nur empfehlen, beschäftige dich damit, beschäftige dich damit ernsthaft. Ich habe genügend Fallbeispiele, wo Mitbewerber, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, ausgebotet wurden und vielleicht nach 20 Jahren fester Engagements bei einem Kunden plötzlich nicht mehr dabei waren und niemand möchte, dass einem das passiert und deshalb kann ich nur empfehlen, beschäftige dich damit ernsthaft und mit ernsthaft ist es nicht getan, eine Webcam für 100 Euro und ein Podcast-Mikrofon für 40 Euro zu kaufen, wie ich es letztens wieder erzählt bekam. Ja, ja, ich habe ja schon gute Technik gekauft, ich habe mir hier eine Webcam, die hat ja schon 100 Euro gekostet und ein Podcast-Mikrofon von Amazon, das hat 45 Euro gekostet. Jetzt bin ich aber sehr gut ausgestattet. Das hat mich so genervt, ehrlich gesagt, dass ich ganz böse gesagt habe, hm, und ihre ganzen Ausbildungen in ihrem Fachbereich, die haben sie auch so beim billigsten Anbieter gemacht. Da war natürlich dann Stille, habe mich dann auch entschuldigt, dass es vielleicht ein bisschen bissig war, aber das hat halt einfach klar gemacht, hey, das ist kein Luxus, das ist Handwerkszeug. Also, kennst du irgendeinen Schreiner, der mit Baumarktwerkzeug arbeitet der irgendeine, was weiß ich, irgendeine Aldi-Stichsäge benutzt? Nein. Wenn du als Dienstleister, egal, ob im edukativen Bereich, im Coaching, im Vertrieb oder sonst was, wenn du da als Profi wahrgenommen werden willst, dann mach nie so einen Unfug und arbeite mit irgendwelcher ranziger, billiger Amazon-Technik. Das ist einfach, das ist genauso wie Finanzberater, die einem groß erzählen wollen, wie man jetzt sein Geld vernünftig anlegt und dann kommen sie mit einem rostigen Golf vorgefahren. Also, sorry, ich kann solche Menschen nicht ernst nehmen, im Gegenteil, ich lache mich da mittlerweile kaputt drüber, weil einfach die Taten mit den Aussagen nicht übereinstimmen. Ich finde, das ist eine Gesamtwirkung, genauso wie ein Geschäftsfahrzeug, genauso wie Geschäftsräume, ist einfach jetzt in Zeiten der Digitalisierung die Technik völlig gleich, wie du sie realisierst. Also, vielleicht der Hinweis, ich werde jetzt hier nicht auf irgendwas pitchen. Jeder, der meine Podcasts schon länger hört, weiß, was ich anbiete und wenn du meine Podcasts gut findest und mich als Typ gut findest, kannst du dich natürlich gerne melden, aber ich werde jetzt hier nicht sagen, du musst mit mir zusammenarbeiten. Hey, weil letzten Endes entscheidet ja hauptsächlich das Persönliche, ob man sich mag, ob man zusammenarbeitet, von daher, mir ist es aber trotzdem einfach ein wirkliches Anliegen, weil das, was ich hier mache, das ist nicht einfach nur eine Floskel. Ich bin ja schon seit 20 Jahren in diesem Bereich als Technik-Coach tätig. Mir ist es wirklich wichtig, dass die Menschen, denen ich helfe, auch nachhaltig was davon haben und gerade bei diesem Thema jetzt, nachdem ich da so ein paar fast schon tragische Geschichten erlebt habe, wie Leute auf die Nase gefallen sind, kann ich einfach nur appellieren, beschäftige dich damit, schau, dass du dich vernünftig aufstellst. Nicht jeder muss ein High-End-Studio für 10.000, 15.000 Euro bei sich zu Hause stehen haben. Klar, solche Fälle gibt es, solche Studios haben wir bei Einzelunternehmern eingerichtet, das sind aber die, die mittlerweile überhaupt nicht mehr rausfahren. Die sitzen zu Hause in ihren vier Wänden, natürlich nicht den ganzen Tag drin, aber die haben keine Geschäftsreise mehr und haben keine Einkommensverluste, im Gegenteil, die haben sogar Einkommenssteigerungen, weil sie natürlich bare Tage gespart haben. Also wenn ich jetzt früher für eine Vorlesung nach Zürich gefahren bin, da war ein Tag weg für die Anreise und wenn ich mich nicht völlig totackern wollte und abends nach der Vorlesung nochmal sechs Stunden nach Hause gefahren bin, war der nächste Tag im Eimer. Aber das hat mir keiner bezahlt. So, genauso bei meinen Vorlesungen und bei dem Lehrauftrag, den ich jetzt noch alle Dreivierteljahr habe, wenn ich da einen Tag Vorlesungen habe, dann sind fast zwei Tage im Eimer. Es wird aber nur einen Tag bezahlt. Und bei den meisten Trainingskunden ist es ja auch so. Also es ist schon sinnvoll, sich Gedanken zu machen und wie gesagt, wir haben da Fälle und Kunden, die gar nicht mehr rausfahren für Trainings, die zu 100% digital arbeiten und die sich natürlich entsprechend ein sehr, sehr schickes Studio eingerichtet haben. Das ist dann Top-Notch. Aber man kann auch mit viel weniger technischem Aufwand und einfach nur guten Investitionen bei Schlüsselthemen kann man sich digital viel, viel besser aufstellen, online aufstellen und einfach die Möglichkeiten nutzen, die das Ganze bietet. Und es ist immer besser, vorne dabei zu sein, als in ein, zwei, drei Jahren hinterher zu stolpern. Das war jetzt doch wieder viel länger, als ich dachte. Eigentlich hatte ich vor, mal so einen kurzen, knackigen, schnellen Podcast aufzunehmen und ja, habe ich mich wieder verlaufen. Sorry oder nicht sorry ist mir jetzt ehrlich gesagt auch gleich. Ich wollte jetzt auch nicht hier großen Frust ausdrücken, also nicht falsch verstehen. Das ist hier nicht eine Anklage, sondern es ist eher so ein Wachrüttler. Hey, also auch wenn jetzt alles so toll ist, ich will jetzt nicht der böse Mahner sein, aber bereite dich lieber vor. Es ist halt einfach ein Thema, was bleiben wird. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Beste für deine berufliche Zukunft, natürlich auch Gesundheit und Zufriedenheit in deinem Leben und ja, natürlich freue ich mich, wenn wir mal in Kontakt kommen und wenn du von mir eine Beratung haben möchtest, dann melde dich einfach gerne. Meine Kontaktdaten findest du auf webinarprofi.de Da kannst du auch direkt, wenn du so richtig interessiert bist, kannst auch einen Termin buchen, wenn du magst. Ansonsten wünsche ich dir einfach, dass du selber deinen Weg findest und nicht eines Tages hinterher stolpern musst, sondern vorne dabei bist. Ach ja, und bevor ich es vergesse, hier noch mein Standardsätzchen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Am besten, was wohl die populärste Plattform ist, immer noch bei Apple Podcasts. Also da gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder auch eine schriftliche Bewertung. Wenn du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, also das interessiert mich jetzt total, da könnte der Gipser mal einfach ein bisschen von erzählen, auch technische Themen, mal Einschätzungen von mir. Oder wenn du vielleicht sagst, hey, ich habe selber zu dem Thema was Spannendes zu erzählen und ganz häufig ist es so, dass viele gar nicht wissen, dass sie was Spannendes zu dem Thema zu sagen haben, rund um Schulung, Training, Digitalisierung des ganzen Themas. Dann schreib mir bitte auch. Also ich freue mich über Anfragen für Interviewgäste natürlich genauso. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute. Das Video Untertitelung des ZDF, 2020